Und damit ein herzliches Willkommen, der Fußballabend ist beendet und wir können dementsprechend wieder entspannt, sage ich mal, ein bisschen streamen, ein bisschen clashen, ich werde ein bisschen farmen, wir werden ein bisschen Gold sammeln, wir werden, sage ich mal, vielleicht schauen, inwieweit dementsprechend unser Clan wo ausgegangen ist, da habt der ein oder andere von euch ja, sage ich mal, heute Abend vielleicht schon das Video gesehen, in dem ich den zweiten Angriff von mir gezeigt habe und wo dann dementsprechend auch, ja, so eine erste Tendenz zu erkennen war, aber ob es dann so ausgegangen ist oder nicht, ja, das werde ich euch dann, sage ich mal, dementsprechend im heutigen Stream zeigen, ich muss es gerade mal schauen, ob wieder alles glatt läuft, ihr wisst ja, die letzten Male ging es nicht immer sofort auf Anhieb gut und dementsprechend muss ich hier checken, sobald ich mich selber sehe, weiß ich auch, dass es bei euch funktioniert und ja, dementsprechend checke ich das gerade noch ab und lege dann mehr oder weniger richtig los, ja, wenn es dann auch hier bei mir sichtbar funktioniert, dann kann ich, sage ich mal, auf der sicheren Seite sein, dass ich weiß, dass ihr mich auch seht und wenn es nicht der Fall ist, dann starte ich gleich nochmal einen neuen Versuch, es lädt noch bei mir, doch es zeigt live an, das heißt, sollte laufen, noch ein bisschen lädt, aber ich lasse es fertig laden, ja, perfekt, jetzt sehe ich mich, also, das kann man sagen, es funktioniert hervorragend, genau, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal dahingehend an, dass ich meine zwei klassischen Kasselchen booste und dass wir gleich mal checken, inwieweit heute der Lut so steht, ich habe bis heute einen Angriff bisher gemacht, kann dahingehend den Lut schlecht beurteilen, da gleich beim ersten Angriff jemand inaktives gefunden wurde mit 200.000 von beiden und dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, ob er bisher gut ist oder nicht, ein paar aus dem Clan haben gesagt, wäre momentan ganz vernünftig, das heißt, dementsprechend bin ich da positiver Dinge und wenn ihr das Video heute auch gesehen habt, was um 18 Uhr auf meinem Kanal online ging, sehr, sehr nice, also, ich habe nochmal zu meiner Spende, die ich schon gemacht habe bezüglich der Aktion Red, was man hier an meinem Rathaus sieht, habe ich nochmal heute 200 Diamanten bekommen, in dem ich die 150 Clan-Woch-Sterne geholt habe, ihr seht, als nächstes gibt es 1000 als Belohnung, das, ja, denke ich, dauert sicher noch ein bisschen, bis ich die habe, ist bei 150, ist noch ein ganz guter Teil bis dahin, genau, und jetzt checken wir eben direkt mal, wie der Loot aussieht, in der Clan-Woch-Kammer ein paar Magier, ich habe auch jetzt schon die Option, wie ihr gesehen habt, anhand der Ressourcen, können wir nach diesem Angriff direkt, sage ich mal, zwei weitere, ja, wie soll ich sagen, zwei weitere Mauern upgraden und dementsprechend schauen wir an, ja, Brennerchen 2.0, ich habe vorher den zweiten Angriff für meine kleine Schwester gemacht, die unterwegs ist und leider war dann das Ziel, was eigentlich, sage ich mal, vorhergesehen war oder was sie angreifen wollte, schon weg, klar, der Angriff, beziehungsweise der Clan-Woch-Kammer war so gut wie schon vorbei und ja, dementsprechend hat Brennerchen 2.0 verloren und wie es bei uns ausging, würde ich sagen, schauen wir uns einfach direkt nach diesem Angriff an, ich möchte euch da nicht spoilern, das schauen wir uns dann direkt an, ja, und der reicht mir doch schon, den nehmen wir mit, würde ich sagen, einmal von hier und schön die Bogen hinterher und die zweite Welle, Bogen, was ist los mit euch, so, jetzt kommen sie und die zweite Welle machen wir dann einmal hier drüben, ihr könnt mir auch gerne mal sagen, ob es im Ton so weit passt, ich habe anders als bei meinem Let's Place eben das Mikro immer ein bisschen weiter weg, damit ich hier nicht so dran kleben muss, aber wenn ihr sagt, soweit ist alles okay, dann dürft ihr das mir gerne einmal in den Kommentaren kurz sagen, wahrscheinlich werde ich, sage ich mal, probehalber noch ein zweites Headset bestellen, da gibt es, Headset, sage ich schon, Mikrofon, einfach im Ausdruck, wenn ihr wisst, ich bin jetzt in die Mikrowelt mehr oder weniger neu eingestiegen, habe bisher immer mit meinem Headset recordet, muss aber sagen, dass ich selber als Laie, was sowas angeht, von der Tonqualität jetzt schon begeistert bin, also gerade bei meinen Let's Place, die ich mir anschaue, FIFA und dergleichen, muss ich sagen, ist es richtig nice. Sehen Sie dann auch am Start, ein herzliches Willkommen, so, und dann machen wir hier auch gleich wieder ready, dann können wir uns gleich die ersten zwei Mauern des Abends gönnen, passt hervorragend, das liest man gerne, ihr wisst ja, einen gewissen Delay gibt es immer, einfach dahingehend sage ich, ja, das Twitch, das du machst, das habe ich jetzt schon öfter angesprochen, das heißt, ich sag was, und bei euch kommt es ungefähr aus 20 Sekunden spät da, und deswegen antworte ich auch auf die Fragen, verhältnismäßig spät, beziehungsweise ihr hört die Antwort spät, auch wenn ich, ja, sofort antworte, ja, ich sag's immer, wenn ich sie ein paar Mal Let's Base abchecken, habt ihr drei Möglichkeiten, ihr könnt mich entweder hier bei Twitch abonnieren, wo wir das letzte Mal die Premiere hatten, dass mich jemand abonniert hat, ihr könnt mir gerne über Paypal was spenden, wenn ihr mir da unter die Arme, angreifen wollt, oder auch einen iTunes Code oder meine Mailadresse, wenn ihr da Interesse habt, und als Dankeschön von meiner Seite gibt es dafür dann immer eine Base Review, wird niemals zugezwungen, absolut freiwillig, und jede Spende, ich sag's immer, wird wirklich, ja, sag ich mal, geht in das Projekt, brenne ich in Place zurück, neues Equipment, was auch immer, an der Stelle natürlich auch, und vielen Dank, sonst, was ich gerne abchecken könnte, ihr wisst, unter mir findet ihr einen klaren Tag, wenn ihr Bock habt, da vorbeizukommen, was mir gerade einfällt, es macht vielleicht Sinn, dass ich den guten alten Nightbot noch aktiviere, dass ihr da auch noch ein paar Zusatzinfos bekommt, bezüglich, ja, Anforderungen, die wir brauchen, um in den Klan zu kommen, aber ich kann es hier zwischenzeitlich schon mal das Ergebnis aufrufen, ja, und ihr seht, leider ist es nichts geworden, sie waren dann doch ein bisschen zu stark, hatten am Ende zwei Angriffe mehr, aber dementsprechend auch zwölf Sterne mehr, das heißt, wir hätten es nicht mehr bekommen, ich, wie ihr ja heute Abend im Video schon gesehen habt, bin am Ende mit vier Stunden ausgestiegen, und wenn wir uns mal beim Feind das Ganze anschauen, haben wir, sag ich mal, das gleiche Problem, wie jetzt schon viele Clan Wars, und dahingehend, sag ich auch immer, wenn es Leute gibt mit Town Hall Level 10, die da gute Angriffs-Skills haben, dann könnt ihr dementsprechend gerne vorbeikommen, ihr seht hier, 2, 3, 4, 5, also diese Nummern, alle keinen einzigen Stellen geholt, im Normalfall, sag ich mal, wenn alles glatt läuft, sollte eigentlich jeder bei seinem Gegenüber zwei Sterne holen, das funktioniert nicht, und ich sag, wenn es nicht mal schaffen, dass die oberen zwei Sterne holen, ich selber traue mich dahingehend, sag ich mal, nicht an Rathaus Level 10, einfach aufgrund der Infernus, meiner Meinung nach, brauchen wir da einen Freeze, dass das funktioniert, dass man da eine Chance hat, deswegen, bei Rathaus Level 9 fühle ich mich mittlerweile, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr sicher, so dass ich sagen kann, easy, hole ich zwei Sterne, also im Optimalfall die vier Sterne, wie es ja auch in diesem Clanor Video probiert, bzw. funktioniert hat, aber Rathaus Level 10, meiner Meinung nach, soll sich auch Rathaus Level 10 austoben, das ist ansonsten einfach eine Sache, die ich nicht besonders nice finde, klar, sie können es nicht ändern, sie müssen sich da halt selber bessern, teilweise liegt es daran, dass ein bisschen, sag ich mal, an den Skills mangelt, teilweise liegt es daran, dass die Spells oder dementsprechend, sag ich mal, die Truppen nicht stark genug sind, da muss man halt dran arbeiten, da gibt es nicht besonders viel, was man sonst noch anders oder besser machen könnte, aber das ist halt einfach schade, rechnen wir mal hier 2, 2, 2, 2, das wären gleich mal 8 Sterne mehr, dann wären wir schon bei 67, dann sagt man, die 1 hätten noch einen, wären wir bei 68, hier 69, 70, 71 und schon wäre es knapp geworden, klar, dann hätten wir vielleicht hier und da noch einen Füster holen müssen, was dann am Ende dann die finale Entscheidung macht, aber wenn man es wirklich sagt, jeder holt seine 2 Sterne, dann wird es gleich ganz anders aussehen, ich weiß auch nicht, wie weit man das optimieren oder verbessern kann, ich denke ganz klar, jeder muss halt weiter üben, ihr wisst ja, ich bin jetzt gerade auch an meiner Tutorial-Serie, also wer wirklich im Clan-War angreifen unsicher ist, ich kann euch, kamen die letzten 2 Wochen 2 Videos auf meinem Channel raus, einmal zu Golem Wizard Pekka und einmal zu Golem Wizard Witches, ich habe auch beide wirklich, sag ich mal, im Clan-War gezeigt, was auch meiner Meinung nach mit 2 Angriffs-Formationen sind, die hier am sinnvollsten sind, um im Clan-War 2 Sterne zu holen, wenn ihr also sagt, egal ob ihr es in meinem Clan seid oder nicht, ihr fühlt euch da noch ein bisschen unsicher, wisst nicht richtig, wie ihr angreifen sollt, dann kann ich euch nur einigen, dass ihr die einfach mal abcheckt, die 2 Videos sind insoweit gut angekommen und viele haben auch gesagt, gut erklärt, das heißt, ich gehe dann davon aus, dass die auch dem einen oder anderen sicher weiterhilft, also wenn ihr da unsicher seid, gerne hinschauen und auch, wenn ihr schon Vorschläge oder Wünsche habt für weitere Angriffs-Formationen, die ich vorstellen soll, ich habe es immer gesagt, dann könnt ihr das mir gerne, sag ich mal, in die Kommentare schreiben, ob ihr es Bock habt auf Lava-Lunien oder nur auf Lunien oder was auch immer, ob ich es dann am Ende im Clan-War zeigt, ist eine andere Sache, das muss ich mal schauen, aber ich denke, das ist es auch nicht insoweit, ja, sag ich mal, mit, was soll ich jetzt sagen, was ist jetzt mit was nicht vergleichbar, kleines Blackout am Rande, vielleicht während dem Angriff kommt wieder ein bisschen was zurück, nee, was wollte ich sagen, ja, ich sag, im Clan-War angreifen, finde ich, man kann es natürlich probieren, sich mit verschiedenen Sachen auszutoben, aber meine Meinung dazu, warum altbewährte Sachen kicken, wenn sie funktionieren und dann irgendein Risiko eingehen und dann am Ende keinen oder einen Stern zu holen, was es bei uns doch auch hin und wieder gibt, dann denkt es einer, er muss hier mit Loons und Dragons angreifen oder mit Loons und Minions und es klappt halt überhaupt nicht und deswegen denke ich, dass ich diese Folgen dann, sag ich mal, euch nicht in einem Clan-War zeige, weil da möchte ich einfach nicht failen, da möchte ich, dass es gut funktioniert und dementsprechend halte ich mich dann, sag ich mal, auch von so gewagten Versuchen fern, sondern möchte einfach ganz klassisch dann bleiben und ich sag, man kann die anderen Angriffsformationen ja genauso in einem normalen Angriff zeigen. Ist natürlich sicher noch ein Ticken besser im Clan-War zu testen, das kann ich dann vielleicht so in Runde 2 machen, wenn ich merke, Lava-Lunien oder nur Lunien klappt auch so ganz gut, dann kann man darüber nachdenken, aber im Großen und Ganzen, trotz dieser Serie möchte ich natürlich, sag ich mal, im Clan-War nicht fehlen und dementsprechend sage ich doch wirklich auch die zwei Klassiker, die ich euch jetzt gezeigt habe, das klappt schön im Clan-War, das kann man machen. Ein paar haben mir auch gesagt, wo ich mich auch schon, sag ich mal, überlege, ist bezüglich dem Account von meiner Schwester, wo sie Rathaus Level 8 hat, denke ich, kann man gerade auch für Rathaus Level 8, wo ja auch einige von euch sind, was ich zumindest gelesen habe, ein paar ganz schöne Angriffe machen und dementsprechend, ja, da einfach mal zeigen, wie man hier am besten angreift. Da kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, ist es eigentlich recht klassisch, dass man sagt, man greift mit Strachen an und Wutzaubern. Das klappt einfach ziemlich gut bei Rathaus Level 8, aber ich werde mich da auch nochmal hinsetzen und werde mir dann, ja, sag ich mal, den Account von meiner Schwester schnappen und dementsprechend dann da ein paar Videos machen mit Rathaus Level 8, dass ihr dann auch mal schauen könnt, inwieweit man, wie, sag ich mal, am besten mit Rathaus Level 8 angreifen kann. Weil das, denke ich, ja, ist wirklich für viele interessante Sache. Und jetzt weiß ich auch, was ich vorher sagen wollte. Also ich kann gar nicht mal probieren, hier die Facecam ticken größer zu machen, so, dass es nicht ins Bild reingeht. Das sollte passen. Das passt. Sieht dann zwar nicht mehr so schön aus, aber Schönheit muss leiden. Ne, wer schön sein will, muss leiden. So rum. Ja, was wollte ich sagen, genau, bezüglich Epic Fall. Ihr wisst doch, da haben wir, ich habe jetzt aktuell keine Serien mehr. Das heißt, dementsprechend habe ich gesagt, ich packe alles so zusammen. Und wie ich es merke, gefallen euch die Videos ja momentan auch recht gut. Ich sage es immer, Feedback, Anregungen könnt ihr gerne, sag ich mal, in die Kommentare reinschreiben. Und dementsprechend kann ich dann auch mal schauen, dass wir wieder eine Art Epic Fight mit reinnehmen. Und ja, diese Angriffsstrategien, die ich euch vorstelle, möchte ich, sag ich mal, nicht gleichsetzen mit dem Epic Fight. Epic Fight können auch mal crazy Sachen ausprobiert werden. Ja, wie es schon mal hatte, nur Lunien oder nur Minions oder nur Balloons oder was auch immer. Und dementsprechend muss ich sagen, wird es da beides parallel weitergeben. Ich hatte ja auch kurzzeitig schon mal überlegt, ob man dann die Serien wieder zurück machen soll. Aber ich muss sagen, momentan bin ich eigentlich recht frei durch dieses Ohne-Serien. Kann einfach am Tag das Video machen, was gerade aktuell ist, wo ich Bock drauf habe. Ja, und ich glaube auch, oder wie ich so rausgehört habe, dass es ja auch euer Wunsch war. Oder dass es ihr auch so cooler findet. Und ja, letzten Endes richte ich mich natürlich gerne nach euch, wie ihr es lieber habt. Und wenn ihr auch sagt, jo, so wie es jetzt ist, soll es weiterhin bleiben, ja, dann bleibt es auch so. Und hier haben wir jetzt einen guten Loot. Auch wenn manchmal, komm, wir setzen uns hier einfach mal den Barbarenkönig rein. Und pushen den gleich mal, Clanburg darf auch mal mit. Ich benutze Helden eigentlich beim Batschen recht selten. Aber wenn man, wie hier mal, sage ich mal, die Minen und Sammler teilweise ein bisschen weiter drin hat, dann ist es mir das doch wert. Hier haben wir es von beiden über 200.000, wenn wir das knacken, was sich ja wirklich, sage ich mal, gut anhört. Und da durfte sich jetzt der Barbarenkönig gerne ein bisschen auftoben. Sehe ich, haben hier oben noch ein Goldminchen. Weiß ich nicht, ob wir da noch drankommen, aber ich ballere es einfach mal alle Einheiten raus. Dann können wir uns in der Zwischenzeit nachher auch mal einen, sage ich, Angriff aus dem Clanburg anschauen von irgendjemand anderem. Ja, und mal schauen. Bei FIFA Ultimate Team in Liga 3, ich hätte es fast geschafft, Spoiler, Spoiler, kommen nächste Woche ja wieder zwei Videos, dass dementsprechend ich in Liga 2 aufgestiegen werde. Hat dann nicht ganz funktioniert, das heißt, ich habe es geschafft, Liga 3 zu halten. Aber ja, mein Ziel ganz klar ist es, sage ich mal, nach und nach, jetzt mich in Liga 2 hochzuarbeiten. Bin ja auch momentan, sage ich mal, dabei, meine Mannschaft zu verbessern. Bin da auch fleißig, ihr wisst ja, am traden, ich halte euch da ja in meinen Let's Plays immer auf dem Laufen. Ich sehe auch, dass die FIFA Let's Plays wirklich sehr beliebt sind. Was ich schade finde, was nicht so beliebt ist, scheinen die Assassin's Creed Let's Plays zu sein. Ich habe mir auf alle Fälle gesagt, ich werde die Serie durchziehen und wenn es am Ende nur noch einer zu Ende schaut. Aber ja, weiß ich nicht, ob dann viele von euch das gar nicht zocken oder sich dafür interessieren. Jammen tue ich nicht, nein, ich habe mir jetzt einmalig aufgrund der Aktion Red Diamanten gekauft. Weiß jetzt auch gar nicht, was ich mit denen machen soll, beziehungsweise habe gesagt, dass ich die nutzen werde, um in den Streams meine Kassern zu boosten. Aber das war bisher mein einziger Einkauf, die 4,49 Euro und ihr seht ja auch, anhand der Diamanten sind die alle noch da. Davor habe ich noch, ja, sage ich mal, kein einziges Mal probiert, Diamanten auszugeben, weil, ja, war nicht nötig. Hat ohne auch Spaß gemacht. Probier mal die Hope-Strategie. Hope ist Hodgepäcker. Zwei Päcker, 30 Schweinereiter und 20 Bogen. In der Klamburg zwei Hexen, ein Magier und zwei Bogenschützen. Wutz aber funktioniert echt gut. Okay, ja, hört sich ganz interessant an, kann ich mal ein Screenshot von machen, ob ich es dann vielleicht mal als Epic-File ausprobiere oder vielleicht sogar, wow, 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 es kommen neue Kommentare rein, es muss ich schnell ein Screenshot machen und bam, der hat gesessen, perfekt. Genau, also hört sich ganz interessant an, vielleicht, ja, sage ich mal, bietet sich das mal an, dass ich es dann in irgendeine Videoserie reinpacke. Genau, und was ich heute noch gar nicht gesagt habe, was ihr auch immer gerne machen könnt, ihr wisst ja, gerne im Video, das ist ja auch immer wieder. Ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt bei der Kriegsstatistik den heroischsten Angriff vom Gegner an, kann den Namen jetzt leider nicht aussprechen, aber ich vermute mal, dass es vielleicht ein Füster war gegen Rathaus Level 10 und er greift hier mal pausieren. Auch das waren wieder Asiaten, um genau zu nehmen, glaube ich, nee, wie heißt denn, Saudis oder irgendwie sowas. Also er greift es hier mit Golem, Wizard, Pekka, und hat dann noch einen Balloon dabei und einen Riesen und ein paar Bogen und Barbaren. Und er nimmt die Balloons, die er in, ähm, die er teilweise schon gesetzt hat, ähm, räumt er schon ein bisschen da oben auf, hat damit indirekt auch gleich einmal eine Verteidigungseinheit ausge, ähm, eine Verteidigungseinheit, sage ich mal, ähm, aufgestellt. Und gleichzeitig dann auch die Clan-Truppen rausgelockt und jetzt habe ich hier Sklette und Magier am rauslocken, ähm, und schauen, was da geht. Oh, es hängt, wunderbar, ein Traum. Dann pausieren wir gleich nochmal. Herrlich. So macht es doch Spaß, wenn das Programm immer und immer wieder abkackt, obwohl es schon Updates gab, gab, äh, Updates gab. Aber gut, kann passieren, ist live. Und wenn man nicht das nötige Equipment hat, hier Mitarbeiter zu engagieren, ähm, die sich da drum kümmern, ja, da muss man damit leben. Aber ich denke, ich sollte es jetzt gleich wieder zum Laufen bringen. Ja, das schaut gut aus, hervorragend. Und dann können wir da auch, ähm, dementsprechend, ähm, gleich wieder durchstarten. Jo, LH hat bei uns fast immer den heroischsten Angriff, ähm, lässt sich aber auch, sage ich mal, recht einfach, ähm, beschreiben. Liegt einfach daran, dass es er der Einzige ist, im Clan, der Rathaus Level 10 ist und der es selber auch drauf hat, Rathaus Level 10 Gegner gut anzugreifen. Und ich denke, die Clash of Clans Logik ist dann, dass ein Rathaus Level 10 Angriff besser bewertet wird als ein Rathaus Level 9, wenn er nicht voll in die Hose geht. Ähm, und dahingehend, ja, sage ich mal, ich hatte erst zum Beispiel im letzten Clan nur zwei Three Stars, was ich jetzt eigentlich, ja, also ich habe mich richtig gefreut. Ich fand es richtig nice, ähm, aber war nicht mal annähernd heroischster Angriff, obwohl ich ja eigentlich finde, sage ich mal, dass ein, bei einer fast gemaxsten Rathaus Level 9 Base ein Three Stars schon gut ist. Aber ich denke einfach, Rathaus Level 10 ist dann nochmal eine Stufe höher angesiedelt, ähm, ja, weswegen dann immer, ähm, ja, einfach LH, ähm, die Nummer 1 war. Oder Nummer 1 ist. Genau, und um es hier weiterzumachen, ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Also er hat es hier oben mit Balloons, ähm, die aus der Verteidigungsanheit ausgeschaltet, hat gleichzeitig die Clan-Truppe gelockt. Die hat er jetzt hier nach außen gelockt und, ähm, hier ist er noch am Locken, genau, dann können wir es auch wieder starten. Ähm, lockt er jetzt mit dem einen Bogen alle hier oben hin. Moritz wurde hier übrigens angegriffen, paar Sklette sind auch gleich mit dabei, ähm, und eine Hexe und ein paar Magier. Und jetzt bin ich gespannt, wie er sie ausschaltet, ob er auch einen Golem setzt oder ob er hier Truppen über Truppen, ähm, vergeudet. Weil einen Blitz hat er erst in diesem Fall keinen dabei. Ich bin mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, überhaupt kein Freund mehr vom, ähm, mit einem Balloon macht das. Und vom Clan-Trupp rauslocken, nehmen wir fast lieber, muss ich sagen, einen Blitz mit, weil ich finde, ja, er macht das genauso. Also er hat jetzt zwar nur noch dieses Sklette da, aber er vergeudet nicht seine Bogen, sondern er setzt sein Golem, wie ich es ja auch in euch in meinem Video, sag ich mal, erklärt habe. Lässt den ein bisschen Schaden nehmen. Hinten dran kommen die Magier. Wahrscheinlich dahingehend auch ein heroischer Angriff, da er selber Rathaus Level 9 war. Ihr seht hier, er hat, ähm, Golem erst auf 4, ähm, und schaltet dann eben von hinten die Sklette. Super easy aus. Hier mit dem ersten Golem rein. Hier unten den zweiten in die Mitte, den 5er aus der Clan-Burg. Ähnlich wie wir das auch hatten. Kommt mit ein paar Mauerbrechen rein, ähm, einmal oben und einmal in der Mitte. Ich hab den Angriff jetzt ehrlich gesagt vorher auch noch gar nicht angeschaut. Das heißt, ich bin gespannt, ob es, ja, 3 werden es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich dann ein solider Toolstar. Aber gegen Rathaus Level 10 mit Infernos, was dann eben doch immer, ja, sag ich mal, eine Besonderheit ist, warum ich ein bisschen Schiss vor habe. Und jetzt sieht man, es legt der Inferno los, ähm, er hat sich hier noch Pekka eben gesetzt. Jump hat gut gesessen. Es kommt aus der Clan-Burg nochmal Balloons, das heißt, das hat er ein bisschen gefehlt. Haut es hier nochmal ein Heal in die Mitte rein und ich denke, seinen letzten Wut wird er auch hier bald reinballern. Ähm, und die Bogenschützung-Königin kümmert sich jetzt um die Balloons, was gut geklappt hat. Genau, letzte Wut ist auch drin, also alles wirklich voll im Zentrum, alles ist im Zentrum. Bis auf den Pekka und den Golem, ähm, sag ich mal, so wie es auch sein soll. Und irgendwie scheint er dann vermutlich mal das Rathaus noch zu bekommen. Genau, das Rathaus geht jetzt da um, Bogenschützung-Königin 18 macht natürlich doch einen ganz guten Schaden. Und ich denke mal, irgendwie mit dem Magier, hier tanken die zwei Mini-Golems, ähm, wird es dann noch ein Toolstar. Bogen hat er hier oben gesetzt, das heißt, für den Rathaus Level 9er, gegen den Rathaus Level 10er, zwei Sterne zu holen, ist natürlich richtig stark. Ja, und dementsprechend, ja, sag ich mal, kann man das auch nachvollziehen, dass das der hoheste Angriff war. Ähm, obwohl sie alle, sag ich mal, recht gut angegriffen haben, also die waren einfach stark. Aber da kann man sehen, es funktioniert auch. Ich finde, es kommt immer ein bisschen Glück dazu, ähm, bezüglich Rathaus 9, Rathaus Level 10, Two-Star. Ähm, aber ich muss sagen, es hat jemand geschafft und dementsprechend können sich da wirklich unsere Boys hier mal eine Scheibe abschneiden. Ähm, dieselbe, ich seh, das ist wieder der große Unterschied. Wir schauen uns zu uns rüber, schaut euch mal die Rathaus Level 10er an. Dann, da gab es einmal einen Three-Star, was richtig krank ist. Den schauen wir uns noch an, würde ich sagen. Und ansonsten sind bis auf, eine, bis auf zwei Ausnahmen, alle Rathaus Level 10-Bases bei uns getustert worden. Und jetzt, bam, bam, so schaut es beim Gegner aus. Und das ist wirklich das größte Problem, aber es interessiert mich hier wirklich der Three-Star gegen He. Ähm, habe ich auch noch nicht angeschaut, also ich konnte mich diesmal nicht ganz so viel mit dem Clan mal beschäftigen. Okay, ich sage, die Base von He ist für Rathaus Level 10 natürlich eher ein bisschen schwach. Ähm, mit Kanonen auf 10. Und Magier-Türme hat es zwar gemaxt, Mauern sind mit 7 noch ziemlich schwach. Bogentürme sind schwach, ja, okay, nee, das müssen wir uns nicht anschauen. Ist zwar eine Rathaus Level 10-Base, ähm, aber kann man, sage ich mal, nicht so richtig als Rathaus Level 10 durchgehen lassen. Beziehungsweise als Starke, ähm, wenn da einfach noch so viel fehlt. Und wir können jetzt zwei Mauern upgraden, ein Traum, das haben wir ja vorher noch gar nicht gemacht, beziehungsweise insgesamt vier. Ähm, außer das Elixier geht jetzt leer, wonach es wahrscheinlich ausschaut. Schauen wir mal. Hm, das könnte ganz knapp reichen. Wir dürfen nicht unter die eine Million troppen. Oh, reicht hervorragend. Und zum Suchen haben wir auch noch genug, das heißt, lasst mich mal hier raus machen. Ja, sehr schön, wir machen jetzt hier weiter. Einmal eins und zwei. Mein lieber Schieber, das läuft hier wie am Fließband. Vier Mauern am Stück. Könnte ich den Stream fast eine, ähm, Road-to-Mauern-Serie draus machen. Ich sehe gerade hier, Brennchen-3.0, Clan-Gründung, ähm, könnten wir auch, ähm, sag ich mal, rausnehmen. Das heißt, ich benenne das hier mal ein bisschen um. Clash am Abend. Das hört sich doch lässig an. Und werde das dementsprechend gleich mal aktualisieren. Dann sammeln wir hier kurz nochmal ein und alles ist voll. Das heißt, wir können uns dann auch direkt wieder ins Gefecht stürzen. Ja, Angriff war echt gut, muss ich auch sagen. Ähm, Defensive von LH zeigen. Können wir nachher mal vorbeischauen. Ähm, was ich für ein Auto habe und läuft's, weiß nicht. Ich glaube, hast du mal gesagt? Ne, ich habe keinen Honda Civic. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe einen Audi A3. Ähm, ja. Was ich dementsprechend als Auto habe. Peps ist nicht da, die ist heute unterwegs. Die ist nicht zu Hause und ist dementsprechend auch nicht beim Stream dabei. Aber kann es ja nicht sein. Wie viele Mauern habt ihr? Wir können gerne gleich nochmal den Bearbeitungsmodus wechseln. 107 minus 4. Ich glaube, es sind 103. Ich habe im heutigen Video, ähm, was um 18 Uhr auf meinem Kanal online kam, gezeigt. Ihr wisst ja immer, auf meinem Kanal Brennerchen Blaze auf YouTube. Ich mache FIFA Let's Plays. Ich mache Assassin's Creed Let's Plays. Ich mache hauptsächlich auch Clash of Clans. Ähm, kommen jeden Tag drei Videos online. Um 10 Uhr kommt ein irgendwas. Um 14 Uhr aktuell ein neues Assassin's Creed. Und um 18 Uhr jeden Abend kommt, ähm, Clash of Clans. Das heißt, das sollte für jeden was dabei sein. Wenn ihr noch, ähm, kein Abo dagelassen habt, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Genauso auf Twitch hier. Wenn ihr, sag ich mal, keinen Stream verpassen wollt, einfach auf das kleine Herzchen hier unten tippen. Ist absolut kostenlos. Außer ihr sagt, ihr habt Bock, ähm, die kostfichtige Variante zu nehmen, ähm, um mich zu unterstützen. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Und dementsprechend, ähm, könnt ihr mich, ja, da gerne etwas unterstützen. Und, oder hier und auf, ähm, YouTube natürlich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Ihr wisst, Twitch-Seiten bei mir, wenn auch nicht hier war, ähm, oder das erste Mal hier war, ähm, ähm, gibt es drei Streaming-Zeiten hier. Ich streame immer sonntags, also jetzt um 19.30 Uhr und Montag um Donnerstag um 19.00 Uhr. Werde jetzt aber auch anfangen, bzw. habe schon angefangen, auch wieder andere Spiele zu streamen. Also ich habe schon mal Ascension Street gestreamt, ich möchte es nächste Woche anfangen, auch wieder FIFA zu streamen. Ähm, das aber zu keinen festen Zeiten. Das heißt, wer da nichts verpassen will, der kann da wirklich gerne mal, ähm, ein Follow oder ein Abo dalassen. Ähm, dumm, 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 dumm. Ascension Street Unity, ob sich das lohnt zu kaufen? Meiner Meinung nach schon. Also ich finde es ein cooles Spiel. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht heute Abend, 20 Uhr, gibt es sogar auf Amazon Blitzangebote. Ihr wisst ja, oder ich weiß nicht, ob ich es weiß, ob ich es wisst. Die haben momentan einen Cyber Monday Woche im Laufen, wo es jeden Tag von 9 bis 21 Uhr Schnäppchen gibt. Und ich schaue da auch als alter Schnäppchenjäger immer mal wieder vorbei. Und ich bilde mir ein, dass da heute, ähm, Ascension Street Unity dabei war. Ähm, ja, einfach dahingehend, sage ich mal, das, ähm, wie soll ich sagen, das, oder was wollte ich sagen. Ähm, ja, da sind gute Schnäppchen dabei. Also ich schaue da schon immer durch. Hobbit schaue ich heute nicht. Nein, der Stream geht auf alle Fälle bis 20.30 Uhr. Ihr wisst, eine Stunde läuft es immer. Ähm, super viel länger werde ich es heute nicht schaffen, da ich noch ein paar Sachen zu tun habe. Ähm, ihr wisst ja, ich sag mal, aktuell habe ich nie einen freien Tag. Ich bin jeden Tag am Videos produzieren, jeden Tag am Schneiden, jeden Tag am Hochladen. Ist also recht stressig. Und ich habe auch gesagt, ähm, wenn ich jetzt in Zukunft merke, dass es, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, ähm, momentan zu viel. Ähm, weil, ich sag, die Arbeit, die ich momentan reinstecke, kommt nicht so richtig zurück. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich möchte auch nicht heulen oder quengeln. Aber wenn man wirklich, wie ich jetzt jeden Tag zwei bis drei Videos rausbringt, klar, im ersten Linie mache ich es natürlich für euch, sage ich mal, dass ihr Bock habt, äh, meine Videos zu schauen. Aber ich merke weder an den Abos noch an den Klicks, ähm, sag ich mal, dass euch das gefällt oder dass es gut ankommt, dass so viele Videos kommen. Und das ist wirklich seit Monaten, ähm, ich bin seit September so aktiv wie noch nie. Also die letzten drei Monate, ja, bringe ich Videos, ähm, richtig viel raus. Ähm, klar, ich sag, das Feedback, was ich bekomme, ist positiv, ähm, aber es kommt wenig Neues dazu. Also ich bekomme keine neuen Abonnenten, ich verliere viele Abonnenten, ähm, die Klicks stagnieren. Und dahingehend habe ich mir auch schon mal überlegt, ob es vielleicht nicht einfach zu viel ist, ob ich die Clash of Clans-Sache wieder auf zwei Videos die Woche beschränke, dann vielleicht, sag ich mal, noch zwei, ähm, FIFA-Videos in der Woche rausbringe und dass es das dann war. Also das ist vielleicht dann, ähm, ja, dann wieder, sag ich mal, was Besondereres ist, ähm, wenn eben nicht jeden Tag ein Video rauskommt oder jeden Tag mehrere Videos, ähm, sondern dass man es wieder ein bisschen beschränkt. Ich sag gerade bei einer Let's Play-Reihe von Assassin's Creed, ähm, denke ich, ähm, ist es sicher cool, wenn jeden Tag was rauskommt, wenn es, ähm, die Leute verfolgen. Aber gerade bezüglich Assassin's Creed, ähm, und, ähm, ja, FIFA oder was auch immer habe ich mir überlegt, ja, ob ich das einfach ein bisschen runterschraube, die Frequenz, wie oft Videos kommen, damit, ja, vielleicht dementsprechend, ja, sag ich, das Interesse wieder steigt, dass es nicht heißt, äh, ja, Brennerchen bringt doch eh jeden Tag ein neues Video online. Es kann sicher klappen, ähm, es ist aber auch bei vielen so, dass die das nicht machen und ich weiß es nicht, ob es der goldene Kral ist. Ähm, vielleicht ist es einfach zu viel, also Adal hat immer gesagt, ähm, mach jeden Tag, ähm, Videos. Das mache ich jetzt, aber seitdem ich es mache, hat sich eigentlich auf meinem Channel wenig geändert, also er ist nicht größer geworden, was ja auf lange Sicht, sag ich mal, mein Bestreben ist. Also ich denke, jeder, ähm, YouTuber möchte größer werden. Also jeder YouTuber möchte mehr Abos, möchte mehr Klicks, möchte mehr Likes. Ganz im Hintergrund, was ich auch nicht aus Acht lassen darf oder euch, ähm, sag ich mal nicht, ähm, verschweigen möchte. Man verdient auch ein bisschen was mit YouTube. Bei mir reicht es lange noch nicht aus, dass ich davon leben kann. Ich sage immer, es ist ein netzes Taschengeld, man darf bei YouTube nichts, ähm, zu den Einkünften sagen. Das heißt, ich werde euch jetzt hier auch keine Zahlen nennen, ähm, aber ganz jeder, der YouTube-Videos macht, der YouTube-Videos regelmäßig rausbringt, kann ich euch sagen, macht es auch aus einem finanziellen Aspekt. Also, ähm, klar, an Osterlinie, sonst hätte man ja auch nie damit angefangen, soll es einem Spaß machen. Ähm, aber irgendwann kommt dann auch der Geldaspekt. Also, wenn man dann größer wird und man merkt, hey, ich bekomme durch YouTube, ähm, Klicks Geld, ich bekomme durch die Werbung, die YouTube automatisch schaltet ein bisschen Geld, ich habe die Möglichkeit, über Links, ähm, oder Spenden, sage ich mal, ein bisschen was zu verdienen, kann ich euch eigentlich garantieren, ähm, das sage ich mal, jeder, jetzt mal ganz frech, behauptet, jeder, der mehr, ähm, das ist schwer, jeder, der über 10.000 Abonnenten hat und mindestens ein Video die Woche rausbringt, der macht das auch, weil er damit Geld verdienen möchte. Sei es als Taschengeld oder davon leben, ähm, aber das ist wirklich bei YouTube mittlerweile auch was. Das dürft ihr nicht außer Acht lassen. Viele haben das oder viele können das schon, ich sage mal, die großen YouTuber in Deutschland können das als Hauptjob machen, die können davon leben, die verdienen, ja, ich sage, die ganz Großen, hier die Gronkh Saratza, mit weit über einer Million Abonnenten. Also da können wir, sage ich mal, ich kann es auch nur vermuten, aber ich kann euch sagen, ähm, die verdienen da im ganz, ganz hohen Bereich. Also da bist du weit über den Schnitt in Deutschland, dann gibt es zusätzlich noch Sponsoren, sie haben die es mit MyVideo, also ich kann euch sagen, Fred & Gronkh verdient locker über 5.000 Euro im Monat, netto, locker. Wahrscheinlich sogar über 10.000, aber ich möchte mich da, sage ich mal, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ganz so genau kann ich das auch nicht beurteilen, weil das dann doch nochmal andere, ähm, sage ich mal, Regionen sind als bei mir. Aber das ist einfach mal dazu, was ich eben auch mal sagen wollte, wo ich auch kein Geheimnis draus machen will, ähm, ist eben, dass das mit den Videos in Osterlinie, jeder macht, sage ich mal, weil es ihm Spaß macht, ähm, aber ja, im Hintergrund, ihr dürft es nicht vergessen, ähm, es schaut auch jeder YouTuber, sage ich mal, dass es nicht zu viel wird mit Werbung oder mit Affiliate-Links, also die Links unten. Ihr wisst ja zum Beispiel, wenn ich ein FIFA Let's Play hochlade, ähm, ähm, und da ist dementsprechend unten in der Beschreibung FIFA 15 kaufen und ihr klickt da drauf, dann kommt ihr auf Amazon, ähm, und kommt auf, ähm, FIFA, ist für euch gleich teuer, ich bekomme minimal davon, wenn ihr das kauft. Ähm, das sind wirklich bei diesen, sage ich mal, Spielen oder mit der Amazon-Geschichte, ist es bei mir noch so, davon kriege ich gar nichts, äh, das sind Cent-Beträge, also da habe ich bisher von Amazon auch noch nichts ausgezahlt bekommen, aber umso größer der YouTuber ist, umso mehr springt er natürlich raus. Das heißt, da habe ich 100.000 Abonnenten, habe einen Fitness-Channel, verkaufe Eiweißpulver, ähm, und ihr tippt unten auf das Eiweißpulver drauf, ja, dann bekomme ich, ähm, für jedes Eiweißpulver, wenn man sich dann deal raushandelt, 12% vom Ding. Und das sind halt die Sachen, sage ich mal, wie YouTuber, ähm, davon leben, die einen machen es versteckter, die anderen stehen offen dazu, ich sage, ich mache da kein Geheimnis draus, bei mir ist immer noch, äh, mit Abstand, sage ich mal, die größte Einnahmequelle, wenn man es denn so nennen darf, YouTube selber, also durch die YouTube-Werbung, ähm, die ist aber momentan, kann ich auch offen sagen, geht bei mir so bergab, ähm, ähm, was eben auch ein Grund ist, der zu mir sagt, hey, denk mal ein bisschen nach, was du noch anders machen kannst, du bist jetzt so aktiv wie noch nie, schaust, dass du deinen Nutzern was bietest, ich möchte, dass du Spaß mit den Videos habt, aber irgendwas, irgendwie scheint zu stagnieren, irgendwie scheint es nicht so richtig zu klappen, ja, und das ist dementsprechend dann einfach auch mal ein Grund, wo ich dann sage, ja, vielleicht probiere es wirklich mal, ähm, auch wenn ich jetzt hier gelesen habe, dass viele gesagt haben, nein, mach's nicht, ähm, die Videofrequenz einfach wieder ein bisschen runterzuschrauben, damit vielleicht, sage ich mal, meine Let's Plays, ähm, oder meine Videos wieder was Besonderes werden, weil es vielleicht so doch wirklich für viele einfach langweilig ist, dass, sage ich mal, wenn jeden Tag ein Video rauskommt, aber das ist einfach mal so, ähm, sage ich mal, nebenher, ein kleiner, ähm, Ausflug, ähm, in die YouTube-Finanzwelt, ähm, behaltet es einfach mal im Hinterkopf, ähm, dass das auch dazu gehört, dass das für viele, wirklich mittlerweile, ja, eine große Einnahmequelle ist und dass sie viel, ähm, Zeit natürlich auch investieren und viele sagen dann ja auch, was ich bei anderen lese, was mich dann auch immer, sage ich mal, ein bisschen, ähm, ähm, älgert, also, bei mir kam es auch schon mal vor, aber gerade, ich rede jetzt nicht von anderen Gletsch-Auf-Glernspielern, sondern von generell irgendwelchen, ähm, YouTubern, dass sie Geldgeist sind, also ich sage, wenn man das in einer gewissen Weise macht, dann kann man das sagen, aber wenn ich sehe, dass das bei manchen, ähm, YouTubern geschrieben wird, die wirklich eine klasse Arbeit machen, die qualitativ top-Videos machen, dann ärgert mich das, weil ich finde, was erwarten die Leute, ähm, die Leute strecken so viel Zeit in das Video produzieren rein, kaufen sich Equipment, Mikros, Kameras, Schneideprogramme, PCs, das lässt sich immer weiter aufstapeln, umso größer der YouTuber wird, umso größer wird es auch, ihr wisst ja, die ganzen, keine Ahnung, jetzt aus, oh, was, was gibt's da, Amerikaner, die ein paar Millionen Abos haben, die haben mittlerweile schon ein komplettes Team am Start, mit Regisseuren, was auch immer, und die könnten das gar nicht auf die Beine stellen, wenn sie kein Geld verdienen würden mit YouTube, und dahingehend, ähm, ja, ich sag, im Fernsehen läuft die Werbung ständig, das habt ihr bei YouTube jetzt in minimaler Variante, ihr müsst bedenken, ihr habt im Schnitt, sag ich mal, jedes zweite, dritte Video, 31 Sekunden Clip, was es dann noch war, den man meistens nach 10 bis 15 Sekunden schon abbrechen kann, und das war's, und da muss man sich als YouTuber eben noch, sag ich mal, andere Möglichkeiten suchen, um ein bisschen Geld zu verdienen, und deswegen, egal, welche Videos ihr anschaut, behaltet das mal immer ein bisschen im Hinterkopf, ähm, dass, wenn ihr das seht, dass da Leute eben sagen, hey, checkt nochmal Links ab oder so, und dann schreibt gleich jemand Geld, geil, denkt doch mal nach, hey, ich möchte morgen eh was bei Amazon bestellen, ich finde den Typen cool, ich möchte ein bisschen unter die Arme greifen, dann klickst du auf den Amazon-Link, kaufst, was du willst, er bekommt ein bisschen was zurück, und dann haben beide Seiten was davon, also das ist einfach was, ähm, ja, was ich euch, sag ich auch mal, wissen lassen wollte, dass ihr das mal im Hinterkopf behaltet, dass das einfach, ja, eine große Sache ist, die zu YouTube dazugehört, und wenn es die nicht gäbe, die Varianten, sag ich mal, Geld zu verdienen, dann hätte man eben auch nicht die Option, sag ich mal, regelmäßig seine Video-Qualität durch was auch immer zu verbessern, also das, genau, wollte ich jetzt auch mal nur gesagt haben, auch wenn vieles auf mich noch nicht zutrifft, oder vielleicht nie zutreffen wird, weil ich da einfach noch ein kleinerer YouTuber bin, auch wenn 30, fast 30.000 Abonnenten, also ich hoffe mal, dass sie mir so irgendwann knacken, ähm, nicht wenig sind, ähm, ähm, aber, ja, da wollte ich euch auch einfach mal ein bisschen Teil dran haben lassen, wenn ihr dazu Fragen habt, könntet ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, soweit sie nicht die YouTube, ähm, Richtlinien verletzen, ähm, probiere ich die euch natürlich auch dementsprechend zu beantworten, und hier auch nochmal natürlich ein Servus an alle neun, ich weiß nicht, ob ihr mittendrin in meinem YouTube-Finanzen-Vortrag reingekommen seid, ähm, wird ja ganz klar geklashed, ihr seht hier, wir sind gerade ein bisschen am Streamen, ähm, ihr wisst immer, wenn ihr Bock habt zuzuschauen, gerne ein Abo dalassen, dass ihr nichts mehr verpasst, ähm, ihr könnt gerne mal unten die ganzen sozialen Netze von mir abchecken, YouTube-Video kam heute Abend auch ins Online und dementsprechend, ja, sag ich mal, bin ich ganz frech und trinke einen Mini-Schluck und lass mal ganz kurz, apropos YouTube unterstützen, eine kleine Werbung laufen, auch auf Twitch gibt's das natürlich, ähm, aber nicht jeder sieht zwei Mannschaften, Adblocker und dergleichen, so, dann schauen wir mal, ich hab jetzt schon gelesen, dass ich hier und da, ähm, Loot weggegeben, SessionSkidunity für 44 Euro, ja, ich hab's, ich hab's vorher mitbekommen, oder, dann hatte ich mich doch nicht getäuscht, dass SessionSkidunity heute der Splits-Angebot war, ähm, ich weiß nicht, ob's schon aktuell ist, oder noch läuft, oder nicht, bei wie vielen Abos ich mal in den Videos monetarisiert hab, oh, das ist schon lange her, ich glaube, es war über 10.000, ähm, also man muss auch, um Videos zu monetarisieren, YouTube-Partner sein, YouTube-Partner, da sag ich mal, ist YouTube, ähm, recht flexibel, das heißt, ähm, da musst du auch einfach, die checken dann auch den Channel wirklich ab, ähm, und schauen, was gut ist, beziehungsweise was schlecht ist, aber dementsprechend, ähm, eine feste Zahl kann man da nicht sagen, ab wann man jetzt, ähm, sag ich mal, Partner werden kann, beziehungsweise ab wann man monetarisieren kann, das ist immer ein bisschen flexibel. Ja, das ist natürlich, sag ich mal, eine gute Option, oder kann gut sein, wie du schreibst, äh, oder du empfiehlegst, das, was ganz Neues fehlt, ist sicher auch, denke ich, jeder am überlegen, was kann ich denn ganz Neues oder Cooles machen, ähm, aber in gewisser Weise, ja, ich sag Clash of Clans, kann, kann man nicht leicht, ähm, neu erfinden, und es gibt Serien und dergleichen, ich habe jetzt auch eben in meinen Channel, oder wollte ich, neuen Schwung bringen, indem ich jetzt neben dem klassischen Clash of Clans, ich habe mich ja vom Brennerchen COC, im Brennerchen Place, ähm, umbenannt, habe dementsprechend auch jetzt Assassin's Creed, FIFA mit an Bord genommen, möchte da auch in anderen, äh, in Zukunft noch andere coole Spiele, ähm, reviewen, oder vielleicht auch, ähm, ähm, let's playen, aber, ja, da muss man einfach mal schauen. Monetarisieren heißt, dass man, ähm, seine Videos monetarisiert, was dann heißt, dass hin und wieder da eine Videoclip davor kommt, ähm, womit dann der YouTuber, sag ich mal, einen kleinen Prozentsatz verdienen kann. Kooperation mit Donchon & Co., ja, ich habe es angeschrieben, gemeldet, hat sich niemand, ich habe es ehrlich gesagt fast vermutet, ich weiß nicht, ob es an der Nachricht eine Flut liegt, oder ob sie einfach keinen Bock drauf haben, ähm, das, sag ich mal, ist die Frage, das kann ich nicht beurteilen, ich kann es natürlich nochmal probieren, per Mail, wenn die da eine Möglichkeit haben, ähm, aber momentan, ja, gab es da keine Rückmeldung, ähm, weswegen ich auch, sag ich mal, zu einer eventuellen Kooperation mit Donchon oder Co., ja, nichts Neues sagen kann. Jo, die kenne ich noch. Mittlerweile im Brennerchen 3.0, sehr, sehr cool, ähm, die, die das letzte Mal dabei waren, ihr wisst ja auch, das letzte Mal, haben wir Brennerchen 3.0 gegründet, das heißt, das habt ihr in der Beschreibung auch, das ist ein offizieller Clan, das ist eben für die, die im Brennerchen 1, oder Brennerchen 13 und Brennerchen 2.0 noch nicht rein konnten, ne, also, wenn ihr da, sag ich mal, noch auf der Suche nach dem Clan seid, ähm, dann könnt ihr da gerne mal unsere 3 Clans abchecken. Bei allen 3 Clans gibt es in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung, in der Info zum Clan steht, ähm, was man genau braucht, ähm, um Mitglied zu sein, also welches Rathaus, welcher Level, was müssen meine Bogen sein, das sind, glaube ich, bei allen 3 so die Haupt, ähm, sag ich mal, Voraussetzungen, genau. Ja, schreiben tue ich ja nicht recht wenig, weil ich die Tastatur hier weiter vor mir habe, und hier steht jetzt noch das Mikro, wo ihr ja diesen sexy Bügel hier seht, genau, ähm, aber ich schaue eben, dass ich alles, ähm, dementsprechend, ja, sag ich mal, ähm, über meine Stimme beantworte, wenn ich denn schon die Möglichkeit habe. Pokémon zu Let's Playen, ja, habe ich auch mal, also ich habe auch selber Pokémon früher, gar nicht gespielt, habe auch vor 1 oder 2 Jahren mal wieder ein Pokémon auf dem DS gespielt, das war, glaube ich, Pokémon Weiß, habe sogar Pokémon Weiße Edition 2 hier, ähm, aber habe noch nicht einmal gespielt, weil ich irgendwie einfach nicht dazukomme, und dann kam sowas wie Assassin's Creed und dergleichen dazwischen, was dann natürlich Vorrang hat, ähm, aber ja, ich sage, Pokémon wäre dann halt, es gibt sich eine Fanbase, ähm, ich heiße jetzt, wie gesagt, Brennich in Blaze einfach, um mir offen zu halten, dass ich die Option habe, auch andere Spiele zu spielen, dass ich eben nicht mehr voll an Clash of Glance gebunden bin, äh, ich habe schon mal gesagt, es ist auch in gewisser Weise eine kleine Absicherung, ja, ich gehe zwar von nicht davon aus, aber wenn es, ähm, irgendwann mal so ist, dass Clash of Glance nicht mehr gibt, dann wäre der Kanal halt einfach tot gewesen, ähm, und dementsprechend wollte ich das einfach verhindern, und habe mich dann eben in Brennich in Blaze umbenannt, ja, Brennich in Spiel, denke ich, ist eben klar, dass es sich hier um, zum Großteil einen Let's Player handeln sollte, und ich würde sagen, ehe ich hier gar keinen Loot mehr finden, greife ich jetzt inklusive Clamook und Helden einfach hier mal an, und wir schauen mal, wie weit wir bei der doch nicht allzu schwachen Clam, ähm, Rathaus Level 8 Base, ähm, an die Ressourcen drankommen, machen wir eine Welle von hier, und dann da drüben, weil ich suche jetzt doch schon recht lange, habe, wie ich es von euch erfahren habe, den einen oder anderen guten Loot schon weggeklickt, ähm, aber ehe ich jetzt hier gar nichts mehr finde, dann mache ich manchmal die Kamikaze-Variante und sage einfach, gut, dann marschiere ich eben hier rein, und schaue, dass ich es bestmögliche rausholen, so, 50% haben wir schon, das wäre schön, ich denke gerade mit der Bogenschützung Königin, kommt man immer noch ganz gut ans Zentrum ran, kann dementsprechend dann auch noch ein bisschen Ressourcen holen, die sollte jetzt, nachdem sie den Magierturm ausgestaltet hat, auch noch aufs Gold gehen, und vielleicht dann sogar noch das Rathaus hinbekommen, paar kleine Bogen hat sie auch noch als Support dabei, Magier kommt auch noch, da haben wir noch Magier aus der Clamook, also da sollte schon was gehen, jetzt müssen wir gleich schauen, dass wenn ich sie schon so einstecken lasse, das muss ich noch, sag ich mal, rechtzeitig zünden, Rathaus ist auch down, und es darf sich hier diesen Bogenturm ausschalten, und dann schauen wir mal, ob wir auch noch ans zweite Goldlager rankommen, weil mit 65.000, liegt da doch noch ganz gut was rum, sag ich mal, Pokémon 4 gesuchtet, okay, Pokéjagd habe ich gesagt, vielleicht, wenn ich Rathaus Level 10 am Laufen habe, aber momentan, dadurch, dass ich eben noch auf Mauern spare, bietet es sich für mich nicht an, auf Pokale zu gehen, ja, weil ich dann einfach keine, nicht genug Ressourcen bekomme, und dementsprechend ist aktuell eine Pokaljagd für mich kein Team, Thema, das kann ich ganz offen sagen, aber auf lange Sicht vielleicht schon, also irgendwann mal, ich hatte es ja auch dieses Jahr schon mal gemacht, muss aber im Nachhinein sagen, oder habe ich auch schon mal gesagt, war somit mein größter Fehler, weil ich in dieser Zeit einfach, ja, so gut wie keine Ressourcen gemacht habe, und dementsprechend meine Base auch gehinkt hat, seitdem ich jetzt eben so aktiv am Farmen bin, läuft es richtig gut, ihr seht hier, Lava-Hund ist schon wieder am Laufen, 6 Tage, 22 Stunden noch, mit Glück kriege ich wieder 50.000, zusammen, dass man dann gleich die Walküre starten, dass ich dann am Ende vielleicht wirklich eine ganz gemakste Rathauslevel 10 habe, außer dahingehend, dass dann die Mauern, also auf neu werde ich sie nicht machen, da bin ich ehrlich, da fehlt mir die Geduld, und ich möchte auch wieder was Neues haben, ich bin jetzt Rathauslevel 9 schon lange, freue mich auf Inferno, freue mich auf Freeze, die ich bekomme, und dementsprechend, ja, muss man mal schauen, inwieweit ich das dann, wann denn machen werde, wir wollten ja vorher noch schauen, genau das habe ich jetzt ganz vergessen, wie weit ich mit dem Mauern bin, 103 fehlen noch, also 147 Hammer, heißt insgesamt, 152 Mauern gibt es, fehlen also noch ein paar, ja, mit dem COC Update, ich weiß nicht, Hypergamer, ob du mir die Nachricht mit den Infos geschrieben hast, ich bin am überlegen, ob ich da, sage ich mal, ein Video zu machen soll, Hypergamer hat mir da ein paar, sage ich mal, Insider Infos zukommen lassen, wo man natürlich, sage ich mal, mit Vorsicht behandeln muss, also ich weiß nicht, inwieweit die Stimmen, und er hat auch selber gesagt, ohne Garantie, ist alles, sage ich mal, auch nicht auf super legalen Wege, wie ich das rausgehört habe, ans Licht gekommen, sage ich mal, diese Infos, aber, ob ich da ein Video mache, ich weiß nicht, ich finde, das hat ein bisschen Bildniveau, wenn ich da so fett hier, Dezember Update liegt, oder Hack, oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber ob ich dazu jetzt ein Video mache, ich muss noch überlegen, also es ist auf alle Fälle interessant, und danke für die Info, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mittlerweile im Netz, schon groß rumverbreitet wird, oder ob man es doch noch ein bisschen geheim hält, also ich bin am überlegen, oder hatte selber überlegt, ob ich da, wie gesagt, ein Video zu machen soll, aber, es ist, es ist gefährlich, also ich weiß auch nicht, ich kann es mir jetzt aber nicht vorstellen, aber im schlimmsten Fall, kriegt Supercell davon Wind, und sagt dann hier, den YouTube Kanal, sperren wir, und, ich weiß nicht, also ob ich da zum Video mache, ich sage, dass im Dezember ein Update kommt, sage ich jetzt einfach mal, ob der Rathaus Level 11 drin ist, wer weiß, kann durchaus sein, aber wie gesagt, ob ich da jetzt ein Video zu mache, wo ich wirklich, also es sind ja viele Infos drin gewesen, die ich dir da von dir, Hypergamer bekommen habe, die kommen ja auch nicht direkt von dir, sondern wie ich das rausgehört habe, hat das ja auch ein Dritter, sage ich mal, herausgefundene, ja, aber inwieweit man da ist wirklich, inwieweit man da schon fest von ausgehen kann, ob es so ist, ist die Frage, also da, ja, ist es, ja, also mir ist es zu riskant wahrscheinlich, also ich werde wahrscheinlich kein Video zu machen, und werde da dementsprechend das auch nicht an die große Glocke hängen, aber auf alle Fälle, sage ich mal, eine recht interessante Info, die ich da von dir bekommen habe, und ich behalte es mal für mich, und bin noch am überlegen, ob ich ein extra Video dazu mache, oder nicht, oder ob wir einfach auf offiziellen Wege warten, sage ich mal, bis Supercell anfängt mit den Sneak Peaks, also das müsste ich mal schauen, genau, wenn ich es hier ein paar Mal lese, bezüglich Brennerchen 4.0, weil 3.0 momentan ja auch schon voll zu sein scheint, ich bräuchte natürlich jemanden, den ich, sage ich mal, als Clanführer habe, also wir haben mit Szenan hier, meinen, einen meiner Moderatoren, an dem, an der Stelle natürlich auch mal großes Lob, an die Moderatoren, machen wirklich einen klasse Job, und ich denke mittlerweile bekommen sie es ganz gut hin, der eine oder andere war ja selber noch eher neu bei Twitch, als er der Moderator geworden ist, aber ich denke, das Ganze hat sich jetzt ganz gut gesammelt, und ich habe da mit Zocker, mit Szenan, und mit Bayern Shooter, ein gutes Trio am Start, ja, aber ich bräuchte dementsprechend, wenn man sagt, wir machen Brennerchen 4.0, bräuchte ich auch jemanden, ja, der dementsprechend, wie soll ich sagen, das übernimmt, also dem ich vertrauen kann, ich sage, ich müsste halt wirklich jemand sein, der schon länger am Start ist, den ich auch kenne, gerade so, sage ich mal, mitzusehen, nein, ist es natürlich cool, da es Moderator ist, da man mit dem dann auch indirekt, sage ich mal, stetig in Kontakt steht, aber jetzt irgendjemanden hier aus dem Stream zu nehmen, ist halt so eine Sache, also ich möchte da in Zukunft dann auch, wie ich es jetzt bei den 3.0er Clans schon gemacht habe, dass ich da mal vorbeischau, vielleicht mal Bases abcheck, vielleicht mal Clan Morbid mache, ich denke, da gibt es in Zukunft auf alle Fälle coole Möglichkeiten für, aber ohne Vertrauensperson, sage ich mal, wird es schwierig, also wenn wir sowas nicht haben, dann wird es schwer, wenn ich es vorgelesen habe zur Dortmund-Pleite, also ja, ich habe mir heute beide Spiele angeschaut, ein Schmunzeln war dabei, keine Frage, ich bin jetzt kein Dortmund-Hasser, aber als Bayern-Fan ist Dortmund nicht meine große Liebe und ich muss sagen, Jürgen Klopp fand ich früher zu Mainz-Zeiten und zu anfänglichen Dortmund-Zeiten richtig, richtig sympathisch, er wird mir aber von Tag zu Tag, muss ich fast sagen, unsympathischer, immer das Mäkeln am Schiedsrichter und oft die, also die Art gefällt mir nicht mehr, das heißt, ja, also mich hat es gefreut, dass Dortmund verloren hat, gerade jetzt am Ende des Spieltags, dabei, und dementsprechend jetzt mit 18 Punkten, äh, mit 18 Punkten sag ich schon, mit, ich glaube, am 13. Spieltag, 18. so rum, ja, ist natürlich eine Sache, ja, mich freut es ein bisschen, also ich musste schon schmunzeln, ähm, ich glaube, ähm, ich habe auf, ähm, Dortmund zwar getippt, ich dachte zwar, 2,1 habe ich glaube ich für Dortmund getippt, aber, war dann doch ein 2-0 für Frankfurt, auf alle Fälle, ja, eine lustige Sache, und vielleicht muss ich dann meine Aussage aus einem der letzten Streams doch wieder revidieren, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich denke, dass sie am Ende der Saison Minimum Europa League sind, aber wenn das so weiter geht, also ich sage, gerade so ein Club, der jetzt die letzten Jahre immer oben dabei war und erfolgreich war, kennt sich jetzt mit Abstiegskampf, wo sie ja momentan wirklich drin sind, auch wenn man sich schwer vorstellen kann, noch nicht aus, klar, ich sage, 13 Spieltage ist es ein bisschen über ein Drittel rum, man kann da noch nicht so viel zu sagen, ähm, aber, ähm, bin gespannt, in wie weit sich das noch weiterentwickeln wird, äh, und wo, und wo die Reise hingeht, sage ich mal, also da muss man wirklich mal schauen, ähm, hätte ich selber nie gedacht, wie viele Punkte ich bei Kicktick habe, kann ich gerne gleich mal schauen, äh, man muss sagen, ich bin in 2 Kicktipps drin, ähm, die haben beide 2 verschiedene Punkte Regeln, ähm, also die eine, beim einen ist es ein 3-2-1 Prinzip, und beim anderen ist es ein 2-3-4 Prinzip, dementsprechend habe ich beim einen natürlich auch mehr Punkte, und beim anderen ein bisschen weniger, aber ich kann gerne mal, sage ich, beide Punktestände sagen, dass ihr da Bescheid wisst, wie viele Punkte ich da momentan geholt habe, also beim Kicktick bin ich nicht so der Burner, allerdings bei meiner heißgeliebten KKSTR App, ähm, ähm, bin ich sehr, sehr gut, ich rufe sie gleich mal auf, ich bin nämlich schon wieder Spieltagssieger geworden, was ich euch natürlich gerne mal live und in Farbe präsentieren will, war diesmal zwar ein bisschen knapper, aber ist immer noch nice, schaut's euch an, wer hier, ich weiß nicht, ob die Kamera fokussiert, ja, man soll es grob erkennen, wer hier oben droht, insgesamt bin ich zwar noch am Platz 2, aber auf alle Fälle, coole Sache, hab da gerade einen ziemlichen Lauf, und ja, ähm, ich hab's schon mal erwähnt, ähm, als Fußballbegeisterter, beschäftige ich mich einfach diese Saison, so intensiv, wie schon lange nicht mehr, und muss sagen, ist einfach, ja, ist eine coole App, kann ich jedem Fußballfan nur empfehlen, dass er das mal abcheckt, dass er sich da ein bisschen austobt, ähm, wenn er das da möchte, gerade mit Freunden, oder dergleichen, kann man da coole Sachen auf die Beine stellen, dann an der Stelle auch danke für die Spende, die ich bekommen habe, von, dum, 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 von, ihn, also mit Killer, heißt da hinten dran, wir werden uns nachher, als Dankeschön, ähm, direkt mal seine Base abchecken, und, okay, Zocker macht 4.0, dann würde ich sagen, ähm, gründe ich jetzt 4.0, nach diesem Angriff, und wir, machen dann Zocker, zum Clanführer, und haben dann auch einen, offiziellen, 4. Clan, dass wir dann also, nach 3.0, auch direkt mal Brennerechn 4.0 gründen werden, ich denke, da können wir dann runtergehen, auf Rathaus Level 7, vielleicht Level 50, und Bogen 4, ähm, aber das muss am Ende auch, sage ich mal, Zocker dann, als Clanführer entscheiden, aber sobald ich jetzt hier einmal, einen vernünftigen Loot gefunden habe, und ich angegriffen habe, ähm, ja, dann werden wir auch, den Clan, gründen, und genau, jetzt wollte ich mal meine Punkte sagen, also, bei dem besser bewerteten Tippspiel, wo die 2, 3, 4 Punkte Regelung ist, ähm, habe ich, 119 Punkte, hatte ich heute, beziehungsweise den Spieltag, leider nur 8 Punkte geholt, und bei der schwerer bewerteten, Kickrunde, wo es 1, 2 und 3 Punkte gibt, also für Sieger richtig, oder Tendenz, dann für Tendenz 2 und für exakt richtig 3, da habe ich 91 Punkte, und war an dem Spieltag 7 Punkte, da war aber noch ein, ähm, europäisches Topspiel mit dabei, deswegen kann man das auch nicht ganz vergleichen, sage ich mal, ähm, aber das sind so aktuell, sage ich mal, die Punkte Stände, ähm, aus meinem, aus meinem, Kicktipp, genau, das wollte ich sagen, genau, Zocker könnte mir das vielleicht sagen, ähm, inwieweit, wie er bei Clash of Clans heißt, dann, können wir das in die Wege leiten, Beschreibung habe ich auch gleich mal angepasst, die App heißt KKSTL, also es sind wirklich nur, ähm, es sind wirklich nur, ähm, diese Buchstaben, und wenn wir jetzt keinen Loot finden, dann müssen wir wieder, einen Trotzangriff machen, muss ich mal schauen, ich bin so frei, und schalte nochmal eine kleine Werbung, ich habe gesagt, 2, 3 pro Stream, ähm, ist ja wirklich nicht, super lang, aber möchte ich doch immer, ähm, bin ich so frei, und die paar Cent, ich habe gesagt, wenn ich das, ähm, und die würden 60, das check ich jetzt nicht, was schreibst du da, der Beste bei uns hat 66 Punkte, ah, okay, gut, 60 Euro als Sieger, nicht schlecht, also, da habe ich dann leider, ne, bei uns ist das ohne Geld, und wenn ich es auch gerade, ähm, da greifen wir uns einfach an, wenn ich es gerade gelesen habe, bezüglich, ähm, mit meinen Wetten Geld verdienen, also gestern hätte ich nach langer, langer Zeit fast mal wieder was gewonnen, ähm, aber dann hat es mir Chelsea mit dem Unentschieden versaut, also ich sehe dieses Wett noch mehr als Spaß, ähm, ich, ich habe mal einmal 400 Euro gewonnen, das war mein größter Deal, aber die habe ich dann über die Jahre, also das ist schon zwei Jahre her, oder so, mittlerweile wieder alle verblasen, so dass ich vielleicht im Null bin, ähm, ähm, aber ja, ich sage, ich bin jetzt jemand, der große Mengen auf verhältnismäßig sichere Spiele macht, sondern, der auch immer ein bisschen Risiko will, ihr wisst ja, umso risikoreicher das Spiel, umso mehr kann man dann auch eventuell verdienen, und ja, gründe kurz, Babo, ich mache dich kurz Clanführer, komme dann gleich wieder, so, dann darf Babo, einmal kurz, dum, 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 wo haben wir ihn, Hallo, Babo, da haben wir ihn, mit Anführer, kurz zum Anführer, ähm, und dann verlassen wir den Clan, ein zweites Mal, schwerens, gewissens, aber wir kommen ja wieder, und gründen jetzt einen neuen, und machen, Brennerchen, 4.0, im Wappen mache ich jetzt das gleiche, kann nachher gerne auch Zock ändern, wenn das möchte, offizieller Clan, von Brennerchen Place, neue, ab, da darf dann gleich Zocker nachher, sage ich mal, seine, ähm, Bestimmungen, rein machen, ähm, genau, und wir gönnen uns das einmal hier, für Deutsch, legt man noch fest, das habe ich das letzte Mal auch schon gemacht, und dann darf Zockers hier gleich reinkommen, wir gründen das Ganze mal, und ich zeige euch jetzt hier, einmal den Clan Tech, besonders gerade, ähm, für Zocker, wäre das interessant, das heißt, du darfst mir dann mal sagen, inwieweit, ähm, wie du heißt, dass ich sich dann auch annehme, also ihr seht hier den Clan Tech, ihr könnt euch die ja alle schon mal, sag ich mal, notieren, wenn ihr es bisher noch in keinen Clan rein konntet, weil alles besetzt war, aber sobald dann Zocker hier die Oberhand hat, ähm, ja, können wir das Ganze dann gleich machen, das schauen wir mal, jetzt kommen schon die Anfragen, jetzt müsstest du mir Zocker kurz schreiben, wie er heißt, ähm, dass ich das auch annehmen kann, ähm, den richtigen, Zocker, wie heißt du, und sobald er mir jetzt hier seinen Namen geschrieben hat, ähm, ich denke mal, das ist hier unten, gleich Zocker 888, aber ich möchte hier nichts Falsches machen, doch, hier lese ich es auch schon, ja, dann nehmen wir doch ihn mal an, so, jetzt kommen dann die Anfragen, jetzt schauen wir mal, ob er das auch war, und ob das passt, und wenn das so ist, dann kann ich ihn auch gleich, sag ich mal, als Clanführer, nennen, perfekt, dann schreibe ich am besten mal kurz noch einmal, in Clash of Clans, dann können wir das festmachen, dann kann er da nämlich, sag ich mal, die Anforderungen festlegen, was er da braucht, und dann kann er auch, nach und nach, sag ich mal, eure ganzen Anfragen abarbeiten, ähm, und ja, dann denke ich, gibt es hier auch einen coolen vierten Clan, und auch bei euch, werde ich hier noch wieder auf alle Fälle mal vorbeischauen, wie gesagt, vielleicht auch mal zum Special machen, jetzt habe ich ja dann, ähm, eine große Möglichkeit, ähm, sag ich mal, am Basis zum abchecken, aus vier Brennerchen Clans, jetzt schau mal, aber nur, dass Zocke hier, einmal auch in CoC antwortet, ähm, und wenn das, der Fall ist, ähm, ja, dann, werde ich ihn auch gleich, als Führer, nennen, aber dann sollte er doch, in Clash of Clans, auch mal was schreiben, schreib mal was, in CoC, und das wollte ich, genau, genau, aber bisher noch keine Rückmeldung von Zocker, weswegen ich hier noch kurz verharren muss, angenommen haben wir ihn auf alle Fälle, aber jetzt müsste er dann auch was schreiben, jetzt schauen wir mal, was er überhaupt hat, hier, selber, ähm, zu bieten, gerade aus Level 8, das auf 9 läuft, und es schaut nach gemaxter Achter Base aus, das heißt, zum richtigen Zeitpunkt, aber er schreibt nicht, Zocker, schreibt doch mal, dann machen wir in der Zwischenzeit, kurz einen Angriff, können wir ja hier genauso machen, und vielleicht finden wir jetzt, einen vernünftigen Loot, was kickt mich, und lade mich mal ein, gut, dann scheint es da vielleicht, irgendein technisches Problem zu geben, dann schmeißen wir Zocker raus, und laden ihn dann direkt nochmal ein, und dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert, ihr seht schon, die technischen Probleme verschonen uns auch nicht, bei Clash of Clans, jetzt müsst ihr aber annehmen, sonst wird es hier, sonst muss ich den Clan wieder löschen, wenn das hier gar nichts wird, das haben wir gesagt, wir machen groß 4.0, und jetzt hapert es hier, an Zocker, jetzt schauen wir mal, ob er jetzt endlich schreibt, wirst jetzt Clanführer, perfekt, dann machen wir das gleich mal, befördern zu Ältester, befördern zu Mitanführer, befördern zu Mitanführer, und dann gleich zum Anführer, gut, und dann kann er dementsprechend, dann sich auch austoben, mit Beschreibung anpassen, was rein soll, und was auch immer, inwieweit das er dann gleich festlegt, da können wir dann direkt nochmal vorbeischauen, wenn er das Ganze hier angepasst hat, und ich gehe dann kurz mal raus, und schaue mal wieder, nach Brennerchen 13, dass ich da auch wieder reinkomme, schauen wir mal, Internet ist etwas träge, wenn ich immer streame, da hingegen sucht es auch gerade, ein bisschen länger, oder es gibt kein Brennerchen 13 mehr, suchen wir gleich nochmal, doch, da haben wir uns, der ist es nicht, dann suchen wir kurz nochmal, sonst muss ich es im schlimmsten Fall, gleich mit Clan Tech machen, ich glaube wir haben Leerzeichen, man bin ich peinlich, weiß nicht mal wie der eigenen Clan heißt, so schreibt sich das richtig, und jetzt sollte auch gleich, hoffentlich der Richtige kommen, so, wo haben wir uns, Brennerchen 13, Alter, was ist da los, das finde ich meinen eigenen Clan nicht, da mache ich doch gleich nochmal Clan Tech, was habe ich da, Q9, V2P, OG, Alter, was ist jetzt los hier, ah, jetzt habe ich es kurz noch vergessen, Q9, V2, POG, da haben wir ihn, jetzt habe ich schon einen kurzen Schreck bekommen, und dachte, was ist da los, und da ist Brennerchen auch wieder am Start, und ich werde dann hoffentlich auch gleich wieder zum Anführer ernannt, und habe dann die Option, ja, hier wieder, alles, bald Golem 2, mache immer, Golem, Wizard, Pekka, so, dann habe ich mich auch vorgestellt, so, dass ich dann jetzt gleich wieder, ein Beförderer soll, da ist Beförderung Nummer 1, und dann gibt es die 2 und die 3, also das ist schon nochmal ganz lustig, inwieweit ich das dann ziehe, das heißt, wir haben die erste, jetzt bin ich mit, stellvertretender, und jetzt kommt dann die letzte, also das haben sie ja neu eingeführt, und ich finde diese 3 Stufen auch wirklich sinnvoll, die es hier gibt, genau, das hat jetzt insoweit alles geklappt, und wir können dann ja spaßeshalber mal schauen, ob Brennerchen 4.0 schon in Bearbeitung ist von Zocker, ob man sich hier schon festgelegt hat, bezüglich Anforderungen, die es da gibt, dass ich die euch hier gleich schon mal zeigen kann, und dann, es lädt und lädt und lädt, und dann checkt man natürlich nachher noch gleich die Base ab, vom Killer, der mir ja tatkräftig mit einer kleinen Spende unter die Arme gegriffen hat, und dementsprechend, ja, dann auch als Dankeschön, ihr wisst es immer von mir, ein Review bekommt, ich habe es auch immer gesagt, wer hier keinen Stream mehr verpassen will, ich streame auch noch andere Spiele nebenher, freut es mich immer, ähnlich wie bei YouTube das Abo, wenn ihr hier ein Follow da lasst, also wenn ihr auf das Herzchen unter mir tippt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich online bin, und wenn ich streame, und ja, es ist die Frage hier, offizieller Graf, Brennerchen Place, neu, ab Level 50, Bogen 4, Rathaus 7, jeder Angriff muss ein Angriff auf seine Nummer, zweiter Angriff frei wählbar, da bitte mal noch anpassen, wählen schreibt mal mit E, das wäre sehr, sehr peinlich, also W-E-H-L von die Wahl, wählbar, und da haben wir auch den Zocker als Führer, also Zocker, Grammatik müssen wir noch ein bisschen üben, das schaut noch nicht so prickelnd aus, aber gut, das kann ja noch angepasst werden, wählbar mit E, aber dann sollte das insoweit passen, das ist dann Brennerchen 4.0, noch mit einer schrecklichen Beschreibung, aber ich denke, dass Zocker die dann hoffentlich schnell anpasst, wenn nicht, dann lasst ihn jetzt gleich mal im Chat wissen, dass er hier da einen groben Schnitzer begangen hat, das passt, genau, und jetzt checken wir die Base vom Killer ab, der mir eine kleine Spende gegeben hat, an der Stelle nochmal vielen Dank dafür, wird in sinnvolles Equipment für das Projekt Brennerchen Blech benutzt, und nicht versoffen, oder dergleichen, B, J, J, Y, J, L, 8, ist sein Clan-Tag, und das, oh, gleich, 2, C, B, J, 2, C, B, J, Y, J, 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 L, 8, eigentlich gestimmt, gut, probieren wir es nochmal, vielleicht war irgendwas doch nicht okay, 2, C, B, dann haben wir, J, Y, J, L, 8, und das schaut eigentlich aus wie gerade, ne, da finden wir nicht, ähm, ah, okay, das ist ein Brennerchen 4.0, alles klar, alles klar, dann schauen wir gleich da nochmal vorbei, die erste Review von Brennerchen 4.0, und da müsstest du mir aber noch sagen, wie du high ist, ähm, ich schaue mal nach einem Killer, ob es da was gibt, oder ob er hier dann im Spiel anders heißt, ja, am besten schreibst du mir in den Kommentaren einfach mal deinen Namen rein, ähm, dass man den entsprechenden, sag ich mal, die Möglichkeit hat, ähm, ja, die Möglichkeit hat, dass ich dich abchecke, so, wie heißt du dann, deinen Namen bräuchte ich noch, Jami, okay, da haben wir, Level 91, dann schauen wir mal, was sie haben mich so zu bieten, habe ich tippe, Rathaus 9, yo, so schaut es aus, Mauer und alle auf 8, das sticht auf alle Fälle schon mal positiv ins Auge, ein sehr symmetrisches Space Design, wo ihr wisst, ähm, wo ich auch immer Fan von bin, was ich wirklich cool finde, ähm, ob es am Ende was bringt, ist natürlich eine andere Sache, ähm, aber ich finde einfach, ja, es sieht schon mal auf den Ostenblick gut aus, hier waren sich die vier Teslas verstecken, neben dem dunklen Elixier, klar, wo ist es hier verhältnismäßig leicht lockbar, das wäre in Osten, in Anführungszeichen, negativ Punkt, wobei das jetzt bei einer, ähm, sag ich mal, Farming Base nicht ganz so tragisch ist, da die meisten ja eh nur hier das kleine süße Rathaus zerstören, und das war's dann, ähm, ähm, Schweinereiter sind erst auf zwei, Golem, meiner Meinung nach wichtigste Einheit, erst auf eins, also da wirklich vorher noch schön fleißig weiter die Truppen upgraden, bevor dementsprechend du dann mit dem Rathaus weitermachst, und sonst auch wirklich klassisch alle Verteidigungseinheiten weit upgraden, muss sagen, die Base gefällt mir gut, ähm, finde ich, sieht sehr, sehr schön aus, Ressourcen in vier Bereiche unterteilt, jeweils mit dem Marketum geschützt dahinter, als Leibschutz, sag ich mal, hat jeder Bereich noch einen eigenen Minenwerfer, ähm, der X-Bow wird dann hier wieder mit dem Bohrer getauscht, sobald der fertig ist, hier läuft gerade eine dunkle Kaserne, noch auf drei sehe ich gerade, also wirklich sehr, sehr schönes Base-Design, ähm, ich denke, was man ja anhand auch, ähm, das, sag ich mal, ähm, Ressourcenstandes sieht, dass das recht erfolgreich ist, ähm, dass das also gut zu klappen scheint, und dementsprechend würde ich das auch wirklich so beibehalten, finde ich wirklich Base, gefällt mir auf dem Ausblick richtig gut, ähm, sieht solide aus, und wenn die Ressourcen einigermaßen konstant geschützt sind, sehe ich da wirklich selber keinen Grund, irgendwas zu ändern, Daumen hoch wirklich für die Base, gerade Mauer mit 8, bist du wirklich gut dabei, ähm, finde ich, sieht top aus, und dementsprechend, ja, wenn es passt, ich würde nichts ändern, wenn du es merkst, okay, es gehen doch zu wenige aufs Rad, und viele probieren dann immer direkt durch zu marschieren, an die Ressourcen, dann würde ich ein bisschen umbauen, aber wenn du wirklich sagst, nö, schlägt sich eigentlich gut so weit, hab das eigentlich keinen Handlungsbedarf, ähm, da muss ich sagen, wirklich eine schöne Base, die ich, ja, 1 zu 1 verlassen würde, und jetzt schauen wir noch, ob wir noch mal einen schönen Loot-Angriff hier bekommen, die letzten zwei waren ja nicht so, das waren dann mehr so Verzweiflungsangriffe, da einfach, sag ich mal, kein guter Loot mehr zusammengekommen ist, aber müssen wir einfach mal schauen, inwieweit das noch funktioniert, und ich sehe schon ein bisschen Werbung für Brennerchen 4.0, das erlaube ich mal ausnahmsweise, ähm, das ist insoweit okay, wer da also Bock hat, ihr habt die vierfache Auswahl, geht einfach in den Clan, wo ihr wollt, wo ihr, sag ich mal, die Voraussetzungen erfüllt, einen allen vier Clans findet ihr, jeweils in der Info, was mitgebracht werden muss, ähm, was man braucht, wenn ihr das erfüllt, und Bock habt, wirklich dauerhaft da zu bleiben, den Clan zu unterstützen, dann lasst er doch gerne eine Anfrage da, und ich denke, ihr werdet dementsprechend, ja, wer die, sag ich mal, Anforderungen, ähm, unterstützt, äh, erfüllt, so, der wird dann auch immer angenommen, also, könnt ihr wirklich dann sehr, sehr gerne eine Anfrage stellen, jetzt haben wir hier so einen, mittelmäßigen Loot mitgenommen, hatten wir aber ausgereicht, um anzugreifen, ihr seht, ich muss ja auch nicht alle Truppen setzen, und wir sagen auch gleich direkt wieder Adios, 170.000 Gold, denke ich, ähm, kann man auf alle Fälle ganz gut mitnehmen, ihr wisst ja wieder, nächstes Stream ist schon wieder morgen um 19 Uhr, das heißt, ähm, ich hab's vorher schon gesagt, ich hab heute Abend noch einiges zu erledigen, was Videos schneiden angeht, was Videos produzieren angeht, ähm, von daher würde ich sagen, wir sind mal fast bei 1 1,5 Stunden, ähm, ich denke, mit der Gründung von Brennerchen 4.0, waren wir schon mal wieder sehr produktiv, haben dann wirklich coole Base abgezockt, abgezockt, abgecheckt, vom Killer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn ich online bin, könnt gerne unten Instagram abchecken, Facebook, meine sozialen Netze, und gerne auch auf Facebook ein Abo dalassen und Daumen hoch und Kommentare, das sind wirklich, sag ich mal, die coolsten Möglichkeiten, wie ihr mich oder generell jeden YouTuber unterstützen könnt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, ähm, und würde sagen, dementsprechend, wir sehen uns morgen um 19 Uhr, ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.